Herzlich willkommen in der Universität Tübingen. Mein Name ist Andreas Dräger und ich leite die Forschungsgruppe Systembiologie. Systembiologie, fragen Sie jetzt vielleicht, was ist denn das? Nun, Systembiologie ist ein Teilbereich der Bioinformatik, der sich zum Ziel gesetzt hat, lebende Systeme im Computer als Modelle abzubilden, die dann simuliert werden können, um Fragen zu vielen Anwendungsmöglichkeiten zu beantworten. Dazu zählen nicht nur zum Beispiel die biotechnologische Produktion, sondern auch der Kampf gegen Infektionskrankheiten und vieles mehr. Wenn Sie lernen möchten, wie man solche Modelle erstellt und simuliert, dann kommen Sie doch zu unseren Lehrveranstaltungen, die wir sowohl für Bachelor als auch für Master anbieten. Dazu zählen nicht nur die Vorlesungen Systembiologie 1 und 2, sondern auch ProSeminare, Seminare und manchmal auch Teamprojekte zur Softwareentwicklung. Besuchen Sie doch unsere Webseite, wo Sie uns auf Twitter folgen können oder auch Animationsvideos über Systembiologie auf YouTube schauen können. Ich freue mich schon darauf, Sie im Verlauf Ihres Studiums persönlich kennenlernen zu können und wünsche Ihnen nun für den Beginn Ihres neuen Lebensabschnittes alles Gute und viel Erfolg! Und viel Erfolg! ... Untertitelung des ZDF, 2020